Yo Leute, was geht ab und damit Willkommen zur nächsten Runde Sheldshock Live Jawohl, es ist mal wieder soweit und deswegen muss ich erstmal gucken, was ich hier alles habe Und ja, passt schon. Ist nicht ganz so geil, aber auch nicht so schlecht Erst mal gucken, was die anderen jetzt machen Och nö, hau ab Shit Okay, jetzt erstmal schauen hier, dass ich treffe Oh, Alter, wo geht der denn hin? Nur 20 Damage gemacht So ein Mist war auch Aber ich bin hier ganz gut in der Route drin Deswegen werde ich jetzt mal schauen, dass ich etwas gescheites hinbekomme So, jetzt hauen wir mal hier rein Aber er ist ja gleich schon down So ärgerlich So Kann ich jetzt mittlerweile gucken Und das gefällt mir Kaum noch ein bisschen mehr Noch ein bisschen mehr Ja gut, 76 Damage Ist okay Okay Jetzt sind wir nur noch zu zweit Jetzt muss hier was passieren Wieder nicht gut Nee, 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 nee Welchen sollen wir zu ergän? Erst gehen wir Eigentlich auch den hier, ne? Junge, das war aber nichts Okay, nehmen wir hier ein weniger Eigentlich muss ich jetzt weg Ich gehe einfach auf den da hinten Ja, das war schon recht nice Aber jetzt hat er getroffen Das nehme ich doch Vielleicht können wir einen Teleportschuss machen Beim blauen Reinbaum-Orangenen wieder raus Ja, danke man Nein Ein bisschen zu lang Junge, was hast du? Ah, okay Alles klar, Junge, ich muss ein bisschen weiter zu dir kommen Und feuer! Ja, okay, 37 Hm So ja das war ein ordentlicher treffer jetzt noch 101 gar nicht gut ich glaube ich bin jetzt weg nein doch noch nicht 104 nochmal ausgeteilt er kann eine hier rausschießen zerstörte ich einfach nur selber das wäre nice wissen wir noch mal das junge jetzt teilen wir hier richtig aus so schlecht geht uns gar nicht außer mir so jetzt hat er fast gar nichts mehr und die anderen beiden sind auch ziemlich low er hat hier noch fast 300 nein jetzt bin ich weg das war's kann ihm leider nicht mehr helfen eine runde hätte ich gerne noch gemacht da kannst du nichts machen vielleicht mache ich noch eine runde ja ich mache sogar noch eine und damit tschüss so ein hamburg naja jetzt haben sie natürlich neue wochen das bedeutet jetzt bin ich weg schade ja mega schade na vielleicht fügt er sich selber auch noch ein bisschen schaden dazu das wäre eigentlich perfekt ja 20 ist okay ja komm den hast du oder hast du den oh ich habe ganz schön gut ausgeteilt 513 bis jetzt sehr sehr geil komm digga hol das ding 77 zu 106 er ist natürlich jetzt 15 ist okay er könnte natürlich wenn er jetzt noch weiter nach vorne fährt können wir sich die anderen waffen holen und genau das tut er richtig nice hoffentlich hat er jetzt irgendwas von mir bekommen habe ich hoffe gut ist für ihn weiß ich nicht das ist ziemlich ziemlich spannend gerade hier so ein bisschen ah schade 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 das hätte wirklich nice wenn er warum fährt er jetzt in seine route naja muss er selber wissen er hat auch seine junge was hast du vor hau ihn um was ist das denn poison oh er hat nur noch 17 alter was ist das für ein buch versucht er jetzt echt noch einen trickshot ich glaube wenn er nicht trifft könnte das für uns der sieg bedeuten ja ne zielt direkt auf ihn oder hallo oh einer bauen nur noch oh mein gott jawohl man mega gar nice hier noch gewonnen das ding er mit einem hp ich würde sagen knapper geht es nicht und das würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!